Am Deutschen Herzzentrum Berlin behandeln wir mehrere tausend Patienten im Jahr mit schweren Herzerkrankungen, von wenige Tage alten Neugeborenen bis hin zum betagten Senior. Wir behandeln alle schwere Grade der Herz-Kreislauf-Erkrankungen und können 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche eine optimale Versorgung anbieten. Neben dem Einsatz hochtechnisierter Medizin steht dabei natürlich die Zuwendung für jeden Einzelnen im Mittelpunkt. Die Herzfunde gibt es seit mehr als 25 Jahren und unsere Aufgabe ist es, das Deutsche Herzzentrum in allen Belangen zu unterstützen. Die Ärzte, die Pfleger, die Helfer, das gesamte Personal. Insgesamt konnten wir viele Einzelprojekte mit mehr als 1,5 Millionen Euro unterstützen. Dazu gehören Forschungsvorhaben hier am Herzzentrum, mit denen die Mediziner neben ihrem klinischen Alltag an der Weiterentwicklung der Herzmedizin arbeiten. Zu unseren Aufgaben gehört auch die Anschaffung von Gerätschaften, sei es in der Diagnose, zur intensivmedizinischen Betreuung von Kleinkindern. Oder auch eine 3D-Kamera, die es den Kinderherzchirurgen ermöglicht, die lebensrettende Operation noch viel schonender zu gestalten. Und wir haben immer wieder dazu beigetragen, dass ausländische Kinder am Herzen operiert werden können, die ohne finanzielle Hilfe einfach nicht operiert werden würden und dann sterben würden. All dies haben unsere Mitglieder und Sponsoren möglich gemacht, mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit und ihrer großzügigen finanziellen Unterstützung. Wir haben überhaupt keine Verwaltungskosten. Bei uns fließt jeder Cent, jeder Euro zu 100% direkt ans Deutsche Herzzentrum. Wenn man sich überlegt, welche Fortschritte die Herzmedizin in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, dann ist das fast ein Wunder. Die Ärzte, die Pflegekräfte, alle tun hier ihr Bestes und mit ihnen gemeinsam die Angehörigen und die Patienten. Das ist ganz deutlich spürbar, dass hier zusammengearbeitet wird. Und da mitzuhelfen ist mir eine Freude und Ehre, da als Botschafterin auch unser Anliegen in die Öffentlichkeit zu bringen. Das ist mein Job. Selbstverständlich bieten wir all unseren Patienten die bestmöglichen und modernsten Therapieformen an. Als Kliniker und Forscher müssen wir uns aber ständig weiterentwickeln. Bitte helfen Sie uns dabei, auch zukünftig das Deutsche Herzzentrum so unterstützen zu können, wie in der Vergangenheit. Jeder Cent hilft, jede Unterstützung zählt. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020